also bei groß sind gut drauf ne derzeit reichen hat es verloren und bei 1 gegen total e-sports verloren ja ich hab mal ja knapp gegen leute die oben stehen halten ich bin ja eigentlich scheiße also dort muss man ja mit uns zu werden unser spielmarker und dauert er hat schon kurz ein 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 drei leute weil ich es nicht machen kann alter ich kann hier nicht immer ganz im balkon brüllen ich eben auch abgeschmissen ist meine mutter hat nach oben geschrieben bei mir ist keine daheim was darf nicht passieren alles gut der jonas hier einhundertprozent pass guter wäre endlich direkt oder? gehst du weg oder? ich hau ihn weg ja ich mach da so ein bisschen mittelfeld technisch geht er steh mal an jonas jonas random kackpass doppel made achzo berg volle berg sehr schön ron scheiß annahme mir ist ein bot auf der zeitung muss mich echt daran gewöhnen dass alex dahinten auf zack ist ey oh was mach ich denn wo lauf ich rum ach was ich glaube da ist ah 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 Conor da hast du gelackt jungen auch kein foul auch kein foul körper richtung gegnerisches tor da trennt er ihn fair vom ball da kommt alle unser kommt der wand direkt Lewandowski rodriges rodriges jetzt müssen wir aufpassen naja botchung ah ok dann da war es sorry da ist mogi oben ahnt hier diesen pass weg ist der ball nein ey dieses scheiß fokus kack jetzt wird's gefährlich jetzt die möglichkeit oh gut aufgepasst tausch mal rechts warte ich fremse ab ja erkenne ne ne zuständen direkt wieder vor armenlinie du kannst ein bisschen tick nach hinten ne so in den halb brauchen genau so ein ballspiel ne ey ich kann hier nicht richtig annehmen aah da hat denn es na gut war fokus da steht halt jeder da und ein eiskalt zuschlag schade oder ja ich hab gedacht den kriege ich äh gut geklärt das war wichtig spon shop gott achto aber ich habe ich habe super pass mit der seiner drehen ich will und was geht ein helfen und machen sie nicht würden ja okay mach eben sagt auch was als ob ich die war ich habe kein walten drin seit muckis achtung ich übergeben sich machen na bitte er spielt den pass auf den flügel ja ist richtig also ich konnte ja es ist mir leid zu zeit und drei verteidiger die aktion wird jetzt also doch noch bestraft er sieht hier die gelbe karte und es geht auch vollkommen in ordnung ich denke da kann er sich nicht beschweren der nächste sitz habe ich also die achtung habe ich habe ich habe da könnte ich denke gerade die schilder vor ihm denis kann richtig gut richtig wichtig wir hinten dürfen nicht schlafen mit links wir haben sie auf recht zu zungestellen wachsam sein er hat mich genutzt es war so klar ich dachte er springt so aus dem tor wieder raus ne ne ich hab ihn abgeblockt ich mach langkauern Achtung da ist er mit rechts durch wenn ihr ihn habt Achtung 45. ne? Platz passt noch auf den mit kurz auf ja bleibt da trotzdem nur falls sie da kurz kommen oder so ist weg oben 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 der war ja süß AHHHHH ist ok ja ich musste zurückziehen ich hab auch gedacht mein Ball schick dich durch wir stehen gut Jungs ja weil ich grad so richtig fehlen hat laufen musst du wegen Abseits Bulli was kannst du sagen ja du musst stark bremsen ne was du probieren könntest einfach die Sprinttaste loslassen ja 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 ich bin nicht gesprintet aber Kopf hochcounted ja sahst du aus da bin ich nicht mehr gesprintet am Anfang ja wo ich dachte Bumi haut den direkt durch ja ich wollte ihn kontrolliert raus geben damit er das aufbauen könnt ja nur manchmal spielst du so einen dann direkt lang raus das schon ja wenn ich sehe dann mach ich's auf jeden Fall auch auf geht's ich muss dir sagen weiter geht's so hier im Stadio Azteca freuen sich alle schon auf die zweite Hälfte es kann losgehen schön er hat der Fall erst direkt raus drücken oder direkt raus drücken ja der Deif war heute frisch ne Leon ja das war ja gegen mich gelaufen ja das war ja gegen mich gelaufen nicht raus oben ne ja gut reinlaufen Stark boah schade ey ich wollte direkt spielen alles gut Mitte oh hm oh mitte durch umschweden um nach dem pass und und ich habe ich habe ja 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 Nein! Das ist alles gleich. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann ey! Ja, ja. Ich hab nach der dritten Linie aufgedacht der Balmy von Agnes. Hinter dir Bullets. Was ist hinter mir? Genau. Ist doch vor mir. Ich kommt echt lang. War nicht von dir gemeint. Achso. Hat gesagt Bullets. Da ist dann das. Äh! Direkt rausdrücken. Komm. Es ist lächerlich. Mitlaufen nicht vergessen, ne? Außen. Durch kurz. Schön dazwischen. Gutes Auge. Äh! Lass doch laufen, Alter! Du hättest nicht bekommen, Leute. Doch, hätte er bekommen. Save. Ähm. Ich würde noch Janis machen? Ja. Janis? Macht was Safes. Mach was Safes. Ja, da mach ich einen hohen Ball durch die Mitte durch. Kommt. Das ist lang genug in der Luft müsste es da eigentlich. Oder der Torwart hat ihn. Okay. Ja, aber auf der Endes wäre, glaube ich, safer gewesen. Na ja, aufbautechnisch wäre es safer gewesen, ja. Dachte ich auch. Bitte? Das war mein Fail. Sorry. Boah. Jungs, wir müssen mit den Schauschen einfach weghadern. Einfach abschalten und weitermachen. Raus mal links. Das ist weg. Sorry. Da stelle ich mich zu weit an. Du stellen. Nee, nee. Das ist egal. Das ist wichtig, Alter. Zeig mal die Kutschen hier mit euch. Ich guck mal die Arbeit mit der Kamera nicht. Ich guck mal die Arbeit mit der Kamera nicht. Ich guck mal die Arbeit mit der Kamera nicht. Ich guck mal die Arbeit mit der Kamera nicht. Ja, ja. Komm bei mir gleich bisschen raus, genau. Ja. Das könnte v- sein, vielleicht. Ja. Bumi nicht zu sein davon. Ja, ja, ich bin ja hier. Lass noch einen auf dem zweiten? Oh Mann ey. Komm halt weg. Hättest du auch nochmal mit zu spielen? Gehst du nach hinten, Bumi? Ja. Geh ich vorne auf dem zweiten? Kommt hier aber nicht hart. Kommt nicht so hart. Kommt nicht so hart. Die Ecke kommt rein. Steht ist noch nicht vorbei. Dein Kopf vorher. Bitte? Och, sorry. Da ist okay. Kann ich wieder stellen. Mittellinie? Hm. Mach mir Bumi zu. Alter. Da. Da, Julio. Da, Julio. Nochmal zu mir. Ich weiß. Danke, Mann. Versteht ein... Du musst auf dem, was dann? Wollt eigentlich ein Lauf verscher. Wollt nur eher die Mitte jetzt gerade zu halten. Oder auch nochmal. um das macht dann ist das wichtig gegen konner der schwarze aus für mich ich steck mal los ich gehe an ich war das machen lasst den anderen jonas habe ich noch mal den hoff ich dann wieder Da rennt es nochmal, ich blende es oben links wenn ihr mal landet. Naja, du mal, du mal countet. Ja, okay. Das ist mies. Kommt. Dann Pfosten bleiben hier. Okay, raus. Da rett. Ah, mach die Meter. Bring Piste. Wieder rückwärtsgang. Hat nicht lang gedauert. Fuck. Wir sind zur Not. Wollt man noch mal rückwärts? Ich geh... Blanke Jonas. Best jetzt nicht mehr alle nach vorne, ne? Ich bleibe in der Mittellinie stehen. Ja, ich auch. Tag. Komm, ein Wurf. Ein Wurf. Abschluss. Bitter Linie? Ich hab den Dennis, ich hab den. Weiß. Unten? Komm noch mal zum Abschluss. Bisschen früher vielleicht. Habe ich noch mal nach hinten. Pass auf. Bitte. Ja. Achtung. Gute Zeit. Gute Zeit. Aber ich bin eigentlich nur stehen geblieben. Ich hab nichts mehr getrunken. Jawohl. Schönen Männer. Drei Spiele zu null. Geht's auf. Lächerlich. Sicher nicht. Jetzt hast du einen MVP. Aber sicher hier. Also in der Pro League. Also in der Pro League. Ich mein, in der Pro League den MVP-Dings pumpen lassen. Woll grad sagen. Und da Pro die Kasten garantiert. Weil ich nichts zugelassen hast. Boah. Letzte Woche war ich auch schon. Echt jetzt? Ja. Lol. Echt. Ich hab extra die ganze Zeit geguckt. Aber da war nie aktualisiert. Das waren wir nur vor zwei Wochen. Erstmal gucken. Aber man hat gemerkt, dass das die besser waren. Als die anderen Teams jetzt. Wir waren echt besser, ja. Als die anderen. Also besser drauf jetzt. Spielerisch haben sie uns da ganz schön, haben sie uns schwer gemacht. Und da war Präsente Boys. Ja. Präsente Boys. Präsente Boys. Der Bummi ist ja auch drin, lol. Nein. Der GPT hat meine FA gelöscht. Nice. Ja, wow. 1 zu 0 dann 1 in mich gelöscht. Das ist der FA nur gegen Reunion. Aber irgendwie passt das nicht bei Team of the Week, ne? Weil bei mir steht immer einmal mit weiße Westen. Ich wollt's grad sagen, wir hatten noch letzte Woche aus zwei weißen Westen. Ja. Ja, das war, das war aber noch nicht. Das ist das Team of the Week von... 23. bis 25. Ja, das war vor zwei Wochen. Ach, das war die Woche nach... Oh mein Gott. Ja, das war die Woche davor. Dann taue ich ja jetzt dreimal auf. Läscher dich. Nice, alter, Jungs. Ich dachte halt auch so, warum wir nicht nicht in Team der Woche. Viertel, Reunion, Reunion, Reunion... Alter, Schox. 19 Millionen für Camacho. Für Camacho, oder wie ausgesprochen? Ich brauch nur noch... ... und kann immer noch Rollfall. Es ist hier auch drin gewesen. Ja, wie sieht ihr das, ihr Bots? Also ich war nicht drin, ey. Wie sieht ihr das? Klar, wär's drin. Ey, bei Team of the Week. Ey, wir können uns ja den zweiten Platz holen. 22 bis 25. Bumi. Klick mal links, oder? Ich bin als RM. Da war ich RM. Nice. Klick mal, ich hab mal links, bitte. Ja, vor zwei Wochen warst du RM. Oder? Hm. Lass das sein. Verdammt. Falscher Chat. Nein. Oh, Dennis ist ja auch drin, und Mensch. Die Leute. Das hab ich auch grad gesehen. Ja, kein Stürmer natürlich, ja. Das löts doch einfach. Halt echt das die, alter. Er läuft bei das die. Er hat einfach nur einen, aber zu Null drin. Lacka. Ich weiß nicht, wenn der noch die nächste, oder die letzte Woche dazukommt, diese Uni. Guck Schock zu, kriegt man als RM einen MVP. Ja, ja. Das hieß man. Ich weiß nicht, was Counter da geleistet haben soll. Der Vorlager, Torschuss und MVP. Aber das war nicht nur das eine Match, wo ich das gemacht hab. Das Gute ist, das letzte Spiel ist Katanacho gegen Total E-Sport. Ja, kannst du nicht, wir haben jetzt einfach wieder neun Punkte geholt, Mann. Das wärs dann. Wir sind jetzt einfach bei 69. Wenn wir hier wirklich noch als Tabellen-Sieger rausgehen, das wär top. Nee. Dritte, glaub ich. Dritte oder vierte. Wir haben doch schon 73 stehen.